Ich möchte gar nicht in die Diskussion, ich möchte damit alleine, oder wenn ich durch bin, möchte ich gehen, weil das ist mir dann too much. Die Ergebnisse haben wir ja auch angesprochen, du was für einmal nicht. Gut, ich will da gar nicht einstecken, das ist doch dein Job, aber ich will da gar nicht rein, das ist doch gar keine Diskussion. Ich will gar nicht Teil der Diskussion sein, ihr habt einen Job, ihr dürft das benennen, wie ihr möchtet, das ist gar keiner sauer. Ich meinte, wir haben 4-0 gewonnen, jetzt müsst ihr eine 180-Grad-Wende machen, viel Spaß. Tja, gratuliere. Also ich finde, wenn wir nochmal